So liebe Leute und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online. Vier neue Spiele sind erschienen, wir fangen heute mit dem ersten Spiel an und das ist kein geringeres als... Kid Icarus in der Spezialedition. Wow. Ja. Uff. So, die Details. Man hat einfach schon alles und ist im letzten Level kurz vorm Endboss. Nice. Ich spoilere mich wieder. Geil. Ja. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. So. Und natürlich haben wir auch keine Lags. So, noch nicht. Also, du wirst gespoilert, das ist das finale Level. Mhm. Und es ist überhaupt nicht laggy. Es ist ja nämlich so an den Superball. Von Sat.1. Okay. Da ist man auch immer so langsam unterwegs gewesen, hatte so eine extreme Verzögerung. Da hieß es dann, einer sagt dann blind links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja. Und so ungefähr kommt mir das gerade vor. Aber egal. Ja, Hauptsache man kann ja alles einsammeln. Aber vielleicht schaffe ich es ja mal. Hier doch durch. Das wäre was, ja. Ja, genau. Gönnt ihr von unten. Kann ich gegen die Wand. Ach, kann man auch. Doch, dann ist ja super. Nett. Da. Ja, ich blieb mal vor. Sammle die Herzen ein, die mir zwar nichts bringen, aber egal. Weil ich habe schon voll. Ich könnte eigentlich mehr Energie gebrauchen. Also wenn jetzt ein Shop kommt oder so, dann kann ich jedenfalls den der kaufen. Eigentlich könnte man ja auch SP als Spoiler benutzen, ne? Die Spoiler edition, ja. Ja, darum. Wird ich da wieder eine zweite geben? Ich bin gespannt. Nein, es wird keine zweite geben. Nicht? Sind es drei Spiele diesmal? Diesmal sind es drei Spiele, ob man es glaubt oder nicht. Dann haben wir das Langweilige ja gleich schon hinter uns. Was heißt das Langweilige? Also, ich hätte es gerne selbst mal rausgefunden, dass es dieses Level gibt. Aber nun. Oh, erwischt. Eigentlich kann ich den da unten ja ignorieren, oder auch nicht. Einfach ausweichen, das geht schon. Ich wollte gerade sagen, aber es ist einfacher, glaube ich, dem auszuweichen, als das andere. Wow. Kann man mal machen. Aber ihr seht, das finale Level, so interessant ist es gar nicht. Also, finde ich jedenfalls. Da finde ich die anderen schwerer. Okay, ich wurde jetzt schon oft erwischt, aber das liegt halt mehr an der Latenz, als allem anderen. Und dieser Typ da unten, der geht mir eh auf den Sack. Oh je. Aber so kann der gar nicht schießen, das ist auch ganz gut. Na dann. Los geht's, flieg, flieg. Ich glaube, ich glaube, wie lang das Level überhaupt geht. Ich bin schon gefühlt extrem lang, ne? Dass der eine Gegner hat in der Luft gespawnt ist und runtergefallen ist. Das war seltsam. Oh, und jetzt geht's gegen den finalen Boss, Medusa. Na, da wünsche ich dir mal viel Spaß. Ja, ich sehe gerade, ich komme gar nicht so wirklich ran, ne? Ja, ich glaube, du musst dazwischen her irgendwie. Ach so, das Schild blockt das. Oder? Ach so, wenn du schießt, blockt das nicht mehr. Ja. Aha, also muss man das quasi perfekt timen, oder was? Mit Delay. Das sieht ja nach Spaß aus. Ja, so ein bisschen. Aber durch irgendwas haltst du dich die ganze Zeit. Weiß ich noch nicht, aber das werde ich noch herausfinden. Ach, durch die Schlangen. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ne, auch nicht. Durch die zweite, glaube ich. Bei mir geht schon der Bildschirmschoner an, wow. Muss man die Mystik bewegen. Okay, aber ich denke mal, das reicht fürs Zeigen. Ja. Also Leute, das war die Kid Icarus Spezialedition. Da muss der Nonik nicht extra nochmal spielen, glaube ich, weil man hat jetzt gesehen, um was es geht. Es geht darum, wirklich das finale Level einmal zu präsentieren für Leute, die halt wirklich durch das Spiel nicht durchkommen und den finalen Boss zu besiegen, der dann halt wieder nicht so schwer ist wie das gesamte Spiel. Und im Endeffekt habt ihr dann den Endscreen erreicht. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich beim Nonik, ganz kurz fürs Mitmachen, selbst wenn er jetzt nur einfach beigesteuert hat in Form von, ja, jetzt bin ich gespoilert. Hi, ich bin da. Ja. Und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer TruHotRhein. Tschö, tschö. Tschüss.